Du sammelst bei deinen Einkäufen regelmäßig Payback-Punkte? Wusstest du schon, dass du auch Punkte bei Händlern sammeln kannst, die keine Payback-Partner sind? Bleib bis zum Ende dran und wir zeigen dir die besten Tricks, mit denen du schneller an die begehrten Punkte kommst. Das Payback-System ist das wohl beliebteste Cashback-System in Deutschland, mit mehr als 650 Partnern. Die bekanntesten Payback-Partner sind Aral, Rewe, DM oder auch Burger King. Punkte sammeln kannst du bei Einkäufen in Ladengeschäften, bei Online-Bestellungen und bei Verträgen und Zeitschriften. Kommen wir zu den Tipps, mit denen du mehr Payback-Punkte sammeln kannst. 1. Besorg dir die Payback-App In der Payback-App findest du ständig 50 und mehr aktuelle E-Coupons mit vielen Partnern. Damit kannst du je nach Aktion von doppelt bis zu 20-fachen Punkten profitieren. Bevor du also irgendetwas bei einem Partner kaufst, schau nach, ob der Laden oder der Online-Shop einen sogenannten E-Coupon anbietet. Per Klick kannst du deinen Coupon aktivieren, anschließend auf payback.de, in der App oder im Laden einkaufen und die Karte oder App vorzeigen und schon werden dir auch die zusätzlichen Punkte gut geschrieben. 2. Punkte sammeln, auch bei Shops, die nicht Payback-Partner sind Du möchtest auch für Einkäufe im Lidl, Aldi oder anderen Läden und Online-Shops Punkte sammeln, die keine Partner von Payback sind? Das geht! Mit der kostenlosen American Express Payback-Karte sammelst du Punkte auch außerhalb der Payback-Partner und erhältst 1 Punkt je 2 Euro Umsatz. Da mittlerweile sowohl bei Aldi und Lidl Amex Karten akzeptiert werden, kannst du also auch beim Wocheneinkauf im Discounter Punkte sammeln. Das funktioniert überall, wo du mit American Express bezahlen kannst, ausgenommen sind Tankstellenumsätze. Das Beste, wenn du bei Payback-Partnern einkaufst, erhältst du übrigens zusätzlich auch die regulären Payback-Punkte. Du profitierst also doppelt. Wenn du die Karte bestellst, bekommst du auch gleich 3000 Payback-Punkte Willkommensprämie. Diese Aktion ist zeitlich begrenzt, kommt aber immer mal wieder. Die Karte ist dauerhaft kostenlos und nicht an einen Mindestumsatz gebunden. Unten in der Beschreibung findest du einen Link zur American Express-Karte mit Payback-Funktion. Dort kannst du alles noch einmal nachlesen und siehst, ob es die aktuelle Willkommensprämie gibt. 3. Paypal zum Bezahlen nutzen und punkten Ergänzend zu Tipp Nummer 2 noch ein zusätzlicher Trick, um mehr Payback-Punkte zu sammeln. Bei Ebay und auch bei Shopping im Online-Shop ist Paypal ein praktisches und beliebtes Zahlungstool. Wenn du bei Paypal deine neue Amex-Payback-Karte als Zahlungsmittel hinterlegst, sammelst du bei jeder Zahlung weitere Punkte. Selbst wenn du dir Geld von Freunden leihst und es per Paypal zurückzahlst, werden dir Punkte gut geschrieben. Genial, oder? 4. Installiere Pia in dein Browser Pia steht für Payback Internet Assistant und informiert dich immer dann automatisch, wenn du auf einem Online-Shop surfst, der Payback-Punkte anbietet. So vergisst du beim Online-Shop nie wieder die Nutzung deiner Karte. 5. Halte dich auf dem Laufenden über aktuelle Partner Geschäfte und Online-Shops werben unterschiedlich stark mit ihrer Teilnahme am Payback-System. Außerdem kommen jeden Monat neue Partner hinzu, sodass dein Lieblingsladen oder Restaurant vielleicht schon Punkte anbietet, du es aber noch nicht weißt. Online oder auch in der App kannst du dich immer über alle Partnerschaften informieren. Such also nicht nur nach aktuellen E-Coupons, sondern schaue vor jedem Kauf auch nach, ob das Unternehmen vielleicht auch Punkte anbietet, obwohl es das bei deinem letzten Einkauf nichts getan hat. Prüfe auch aktuelle Verträge für Telekommunikation und Energieversorger. Nicht nur für Neuabschlüsse, sondern auch für Vertragsverlängerung kann es hier Payback-Punkte geben. Wenn dir die Tipps und Tricks zum schnelleren Payback-Punkte-Sammeln gefallen haben, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da. Dich interessieren die Themen Geld verdienen, Geld sparen und Geld investieren? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Wenn du Fragen oder Themenvorschläge hast, dann freuen wir uns über deinen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!